Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen an diesem Dienstag, dem 7. Mai 2024 und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In Berlin läuft seit dem gestrigen Montag der Parteitag der CDU. Das dreitägige Treffen steht ganz im Zeichen der Europawahl Anfang Juni und außerdem soll das bereits vor einiger Zeit angekündigte neue Grundsatzprogramm der Partei erst vorgestellt und dann verabschiedet werden. Parteichef Friedrich Merz wurde gestern schon in seinem Amt bestätigt. Aber wollen ihn die CDU-Mitglieder und Wähler auch als Kanzler? Darüber spreche ich gleich mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff. Er weiß auch, wie die CDU aktuell in Umfragen dasteht und welche Rolle Merz dabei spielt. Aber vorher kommen hier erstmal die Nachrichten. Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Für die Menschen im Gaza-Streifen wäre es ein Hoffnungsschimmer. Die Terrororganisation Hamas will eigenen Angaben zufolge einen Vorschlag für eine Feuerpause akzeptieren. Für Israel sei der Vorschlag weit von den wesentlichen Forderungen entfernt. Die Regierung schickt trotzdem eine Delegation zu Gesprächen. Unterdessen geht die Militäroperation in Rafah im Süden vom Gaza-Streifen weiter. Israel hat die Einwohner im östlichen Teil der Stadt aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden beschäftigt heute die Innenminister von Bund und Ländern. Sie beraten über einen besseren Schutz von Politikern und Wahlhelfern. Am Freitag war Ecke beim Aufhängen von Wahlplakaten von jungen Leuten niedergeschlagen worden. Die Polizei konnte alle vier Tatverdächtigen ermitteln. Mindestens einer von ihnen, ein 17-Jähriger, wird der rechten Szene zugeordnet. Im schwedischen Malmö findet am Abend das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests statt. 15 Länder treten an, 10 schaffen es ins Finale am Samstag. Mit dabei ist unter anderem der kroatische Sänger Baby Lasagna. Ihm werden von den Buchmachern aktuell gute Chancen auf den Sieg eingeräumt. Deutschland ist als einer der großen Geldgeber schon für die Finalshow qualifiziert. Was die Wettquoten angeht, wird unser Vertreter Isaac aber nicht sehr weit vorne landen. Würde aktuell eine Bundestagswahl anstehen, dann würde die Union mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den kommenden Kanzler stellen. Während sich in Umfragen regelmäßig rund 30 Prozent der Befragten für CDU und CSU aussprechen, kommen die aktuellen Regierungsparteien SPD und Grüne jeweils auf deutlich geringere Werte und die FDP müsste sogar um den Einzug ins Parlament bangen. Doch obwohl die Ampelparteien von Umfrage zu Umfrage taumeln, kann die Union daraus nicht mehr Profit schlagen als eben jene rund 30 Prozent. Woran das liegt und ob Friedrich Merz eher Heilsbringer oder Bremser für seine Partei ist, darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Thierhoff. Der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa hat aktuelle Umfragen zum Stand der Union dabei. Hallo Thorsten. Hallo, schönen guten Morgen. Dann würde ich dich zu Beginn erstmal ganz allgemein fragen, wie steht es um die CDU aktuell? Ja, man kann es natürlich von zwei Seiten sehen. Zum einen kann man sagen, die CDU ist neben der AfD die einzige Partei, die in den Umfragen und so auch in unserem aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer deutlich über ihrem letzten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl 2021 war. Da hat sie ja etwa 24,1 Prozent erreicht. Jetzt liegt sie in unseren Umfragen bei etwa 30 Prozent. Doch wenn man sich mal den Verlauf auch der Umfragewerte über das letzte Jahr hin anschaut, dann haben wir die CDU kontinuierlich zwischen 25 und im Maximum mal 31, 32 Prozent gesehen. Und da scheint sie an so eine Art gläserne Decke zu stoßen. Also über diese 30-Prozent-Marke will die CDU, CSU momentan in den Umfragen einfach nicht hinauskommen. Die CDU ist trotzdem damit, wenn man jetzt die 30 Prozent mal ansetzt, ist sie knapp sechs Prozent über dem letzten Wahlergebnis. Und wenn man sich die SPD und die Grünen anguckt, aber natürlich auch die FDP, die sind alle deutlich unter ihrem alten Wahlergebnis und auch alle deutlich unter der CDU anzusiedeln. Aber warum steht die CDU nicht viel höher? Weil wenn man sich alte Wahlen anguckt, früher, als es noch die großen Volksparteien gab, das wäre ja eine Einladung gewesen. Ja, man muss es, glaube ich, deutlich sagen. Also die Situation in der Ampelkoalition ist ja denkbar schlecht. Also in allen Umfragen, alle Parteien liegen unter ihrem Wahlergebnis. Auch die Grünen, die wir immer kontinuierlich so bei ihren 16, 15 Prozent gesehen haben, sind gerade in den letzten Wochen nochmal deutlich zurückgegangen. Wir sehen sie aktuell eben bei zwölf Prozentpunkten. Und auch die Kollegen von der Forschungsgruppe Wahlen haben gerade im letzten Politbarometer ganz interessant nochmal nachgefragt, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen den Parteien? Und man muss wirklich sagen, 87 Prozent sagen, das Verhältnis zwischen den Ampelparteien wird als schlecht empfunden. Die Lage der Regierung wird als desolat empfunden. Also müsste eigentlich die CDU, die CSU deutlich höher liegen und sie kommt nicht drüber hinaus. Und ich glaube, eine Ursache muss man ganz klar auch in dem Spitzenpersonal sehen. Und wir haben beispielsweise auch für RTLN-TV in der letzten Woche einmal abgefragt, würde man eigentlich in Friedrich Merz einen besseren Kanzler als in Olaf Scholz sehen. Und das Ergebnis ist sehr interessant. Insgesamt ist nur etwa jeder Dritte in der Bevölkerung, der Friedrich Merz da mehr zutrauen würde als Olaf Scholz. Was aber insbesondere interessant ist, bei den eigenen Anhängern, also bei den CDU-CSU-Anhängern, da sind etwa ein Drittel der Meinung, nein, dieser Friedrich Merz wäre gar nicht ein besserer Kanzler als Olaf Scholz. Und das ist doch ein denkbar schlechter Wert, wenn man denkt, das ist ja der wahrscheinliche Kandidat der Union für die nächste Kanzlerschaft. Die letzte Kanzlerkandidatin, die erfolgreich war für die Union, war Angela Merkel. Und wie steht Merz im Vergleich zu ihr da? Kann man das vergleichen? Auch das ist durchaus ein interessanter Vergleich. Auch Angela Merkel war ja nicht durchaus immer zu allen Zeiten sehr beliebt, wurde ja auch stark kritisiert, gerade in ihrer letzten Kanzlerschaft rund um die Flüchtlingskrise. Aber wenn man beispielsweise mal die Ergebnisse, die Merkel bei den Bundestagswahlen eingefahren hat, dann ist sie 2005 mal mit etwa 35 Prozent, mit einem ganz hauchdünnen Vorsprung vor der SPD gestartet. Und 2017, nachdem sie dann schon deutlich verloren hatte, hatte sie immerhin noch fast 33 Prozent der Wählerstimmen. Also lag auch mit diesem Ergebnis noch deutlich über dem Umfrageergebnis, was die Union aktuell hätte. Also kann man im Umkehrschluss sagen, wäre Merz aktuell nicht Chef der CDU, könnte man von noch mehr Prozenten ausgehen als diese 30, 31 Prozent? Ja, wir haben dazu einen ganz interessanten Vergleich einmal angestellt, nämlich wie würde die CDU bzw. die CSU denn eigentlich bei einer Landtagswahl in dem jeweiligen Bundesland abschneiden und wie würde sie bei der Bundestagswahl abschneiden? Und wir sehen insgesamt deutschlandweit einen Vorsprung, den die CDU im Vergleich zu ihrem eigenen Bundestagswahlergebnis hätte bei den Landtagswahlen von vier Prozentpunkten. Also ein deutlich besseres Ergebnis in einzelnen Ländern, sogar noch deutlich darüber hinaus, also in Nordrhein-Westfalen, dem Heimatland von Friedrich Merz. Da würde Hendrik Wüst immerhin einen Vorsprung von fünf Prozentpunkten gegenüber dem Bundestagswahlergebnis einheimsten. Und in den sieben Ländern, in die die CDU, CSU den Ministerpräsidenten stellt, im Durchschnitt sind es sogar sechs Prozentpunkte, die die Union besser abschneiden würde bei einer Landtagswahl im Vergleich zur Bundestagswahl. Das kann man dann, nehme ich an, auch direkt an diesen Köpfen. Du hast jetzt Hendrik Wüst schon genannt, aber es gibt ja auch andere bekannte Köpfe. Kann man das wirklich an den Köpfen ablesen, dass sie einfach beliebter sind als der Parteichef selber? Ja, man kann es, glaube ich, sehr, sehr deutlich ablesen. Wir haben auch da für RTL-NTV nochmal nachgefragt, wie zufrieden ist man eigentlich mit der Arbeit des jeweiligen Landesministerpräsidenten im Vergleich zur Zufriedenheit mit Friedrich Merz. Und da sehen wir deutliche Unterschiede, sowohl bei allen Wahlberechtigten als auch bei den CDU, CSU-Anhängern. Da sind es nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Bei den Unionsanhängern sind es in Schleswig-Holstein 89 Prozent, also ein sehr, sehr guter Wert, der mit der Arbeit von Daniel Günther zufrieden wäre, aber nur 56 Prozent, die mit der Arbeit von Friedrich Merz zufrieden sind. Also ein Unterschied von 33 Prozentpunkten, ein riesengroßer Unterschied. Ähnliche Werte aber auch in Bayern, da ist Markus Söder mit 90 Prozentpunkten sehr beliebt. Friedrich Merz nur bei 59 und auch, um nochmal auf NRW, das Heimatland von Friedrich Merz zurückzukommen. Henrik Wüstott 89 Prozent, also auch ein sehr beliebter Landesministerpräsident. Friedrich Merz nur 57 Prozent, wie gesagt, immer bezogen auf die Unionsanhänger. Aber auch bei allen Wahlberechtigten sind es ähnlich große Unterschiede von bis zu knapp 30 Prozentpunkten. Du hast jetzt die verschiedenen Bundesländer genannt und eben, dass das immer Unionszahlen sind. Unionsinterne Zahlen. Kann man dann abschließend sagen, Friedrich Merz ist einfach auch in seiner eigenen Partei nicht beliebt? Ja, das denke ich, das kann man auf jeden Fall so sehen. Und ich denke, man kann es auch, wenn man sich nochmal die Strukturen der Anhängerschaften anschaut und das auch nochmal im Vergleich zu Angela Merkel, dann sehen wir da auch deutliche Unterschiede, beispielsweise was die Frauen anbelangt. Unter Angela Merkel waren 55 Prozent der Unionsanhänger waren es Frauen. Bei Friedrich Merz sind es nur noch 48 Prozent. Also nochmal ein deutlicher Unterschied. Auch in den Großstädten hat die Union deutlich irgendwie an Anteilen verloren. Auch beispielsweise bei den Arbeitern. Da waren es immerhin acht Prozent der Arbeiter, die sich für eine christliche Unionspartei entschieden haben, obwohl es ja doch ganz andere klassische Arbeiterparteien gibt. Unter Friedrich Merz sind diese Dinge wieder egalisiert worden. Also es sind nur noch zwei Prozent der Arbeiter, die sich für die Union aussprechen würden. Wir haben jetzt Friedrich Merz mit den Ministerpräsidenten verglichen. Wir haben auch jetzt den Vergleich mit Angela Merkel gezogen. Deutschland hat viele Probleme aktuell. Wir haben Kriege, wir haben Krisen im Grunde auf der ganzen Wandbreite. Wird ihm denn zugetraut, dass er, wäre er jetzt Bundeskanzler, mit diesen Problemen, dass er für Lösungen sorgen würde? Das ist auch interessant, wenn man es auch nochmal im Vergleich zur CDU unter Angela Merkel in Relation setzt. Da waren die Anhänger der Union doch sehr deutlich der Meinung mit 82 Prozent. Die CDU ist die Partei, die mit den Problemen in Deutschland am besten fertig wird. Bei Friedrich Merz ist dieser Wert aktuell deutlich zurückgegangen. Es sind nur noch 61 Prozent der eigenen Anhänger, die meinen, ihre Partei, die CDU, ist auch am besten in der Lage, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden. Torsten Thierhoff, vielen Dank für deine spannenden Zahlen und Eindrücke. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und damit endet, das bringt der Tag an diesem Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Und wenn Sie möchten, können Sie morgen an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gern auf den Plattformen und lassen uns ein paar Sterne da. Und wenn Sie Kritik, Lob oder Feedback loswerden wollen, dann erreichen Sie uns wie immer per Mail an dasbringtdertag.welt.de. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden wie immer produziert von Regiocast. Videocast.